Moin Moin ihr Lieben, und zwar geht das nächste Case Opening sozusagen in real life nochmal los. Der liebe Duoderon hat mir nochmal ein Paket zukommen lassen mit nochmal Restequipment, also was er gesagt hatte, dass er mir das noch schickt. Ich habe auch so ein Equipment soweit jetzt benutzt, ihr wisst ja selber Bescheid, es wird in nächster Zeit irgendwie sowas wie Lost Places kommen oder, oder, oder. Die FAQ Videos, die sind sehr, sehr gut angekommen auf jeden Fall, und wir schauen einfach mal, wie das weitergeht, was die Blogs angeht. Wenn ich fordere, kriege ich dann mal ja auch gerne weiter. Erstmal nochmal danke an Droderon, dass du dir nochmal die Mühe gemacht hast, noch ein Paket zu schicken. Ich weiß auch nicht mehr, worum es hier in dem Paket geht, das hat mir der Droderon gesagt, allerdings ist mir das Paket zu groß für das, was er mir gesagt hat. Ich weiß nicht, ob es das nicht hätte nochmal klarer geben können. Okay, ist auf jeden Fall heute angekommen. Ach ja, stimmt, natürlich, klar, jetzt habe ich natürlich auch wieder mitbekommen. Und zwar hat der liebe Droderon mir nämlich ein Mikrofon für die Kamera mitgebracht, sprich, ähm, er sagte mir, dass, ähm, bevorzugt jetzt für, für sowas wie Lost Places oder so, der ist halt ziemlich vom Vorteil, ähm, ein ordentliches Mikrofon mitzunehmen. Erstmal danke dafür auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr geil. Ich schaue mal, was ich damit so ungefähr machen kann. Und, äh, für meine Madame Plus auch allgemein, für vielleicht, äh, äh, allgemein so einen, so einen, so einen, so einen, so einen... Wie nennt man das denn? Ich bin kein Fotograf. Aber für Fotografen, ähm, sind das so eine Ablichtteile hier. Alles klar! What the hell? Okay, das ist quasi sowas, was man hinterhalten kann. Das dreht man dann dreimal. Und das gibt's wohl irgendwie in hundert verschiedenen Farben. Ist das korrekt? Okay, ich seh's. Das sind so so eine Überzieher mit Reißverschluss. Wow! Okay, alles klar. Das ist auf jeden Fall für Fotografen. Man sieht wieder, wie viel, wie viel Ahnung ich davon habe. Ah, guck mal, hier sieht man nämlich schon wieder, dass andere dann rausleuchten. Das ist ja nicht schlecht auf jeden Fall. Ist eher was für Fotografen, da sagte der liebe Drodero, das bräuchte er wohl nicht mehr. Ja, und, äh, für, äh, meine Madame, die ja Fotografen ist, äh, ist das natürlich vom Vorteil, sagen wir es mal so. Also sehr, sehr vielen Dank dafür, ihr Lieben. Äh, ich werde auch gleich nochmal ganz kurz umschwenken. Ich arbeite nämlich gerade genau mit seinem Equipment so ungefähr. Da werde ich einmal umschwenken und einmal zeigen, was denn überhaupt jetzt, also wie das ungefähr dann aussieht. Sieht alles ein bisschen sauerlich aus. Unter anderem warte ich noch auf ein zweites Paket. Das kommt hier gleich im Anschluss, ihr Lieben. Und bis dato wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei dem Equipment Change und, äh, macht's gut. So, moin moin, ihr Lieben. Und zwar ist jetzt tatsächlich ein paar Tage mehr vergangen, bis das nächste Paket kam. Wir sind natürlich auch durch ganz Deutschland gereist, ne. Um einmal zu mir anzukommen. Erstmal sehr, sehr vielen Dank an den lieben TheVection. Viele kennen ihn unter dem Namen TheVocation. Er heißt aber TheVection. Und, äh, sehr, sehr vielen Dank auf jeden Fall dafür, dass du mir die Mühe gemacht hast, um mir direkt aus Tirol etwas hierher zu senden. Wie gesagt, das dauert ein bisschen seine Zeit. Aber, ich bin mal gespannt, was da drin ist. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr gut zugeklebt. Ich weiß auch gar nicht, wie tief man da dann immer rein darf, Leute. Ihr wisst es selber. Achtung, Vorsicht, zerbrechlich. Okay, wir ziehen einfach mal. Ach, das ist doch ein altes Amazon-Paket. Oder wurde das tausendmal geöffnet? Kannst du mal unten in den Kommentaren schreiben, wie du es verpackt hast. Sieht nämlich schon fast so aus, als wenn... Ne, das ist ein altes Amazon-Paket. Gut, ich habe es rausgefunden. War gar nicht so schwer. So, und wir hatten ja eigentlich auch schon, äh, sag ich mal, im Stream-Chat darüber ein bisschen gesabbelt, was der liebe The Vacation reindrücken wollte. Und er hat es tatsächlich gemacht. Und, äh, mit sogar einer kleinen Nachricht. Sehr cool. Moin, Chris. Moin, Chris. Ich dachte mir, ich sende dir einmal ein paar österreichische Biere. Hoffentlich magst du diese. Liebe Grüße, The Vection. Aka Flo. So, so sieht das denn circa aus. Ja, kann ich eigentlich komplett zeigen. Da hat er komplett einmal ausgedruckt. Sehr, sehr geil. Freut mich mega. Auch wenn da ein kleiner Text mit bei ist. So eine... Ach, guck mal. Sogar mit ein paar Schnicker. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt, Leute. Kaiser. Nennt sich das. Premium-Qualität-Fasst-Typ. Für die Leute, die natürlich aus der Ecke kommen, wissen ganz genau, was da los ist. Seit fünf Umdrehungen. Wow. Da haben wir... Da habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Gösse. Auch noch nie. Noch nie gesehen, sowas. Ja, das sind wieder die verschiedenen Ecke. 5,2 Umdrehungen, Leute. Die Leute können da weiter ab. 4,9 ist mir schon. Und Zipfer. Das sind alles Merzen. Was sind Merzen? Tut mir leid. Das sagt mir überhaupt nichts. Hau nochmal mit fünf Umdrehungen. Und dann haut er nochmal so als Tropico. Hau nochmal ein paar kleine Snickers, falls ich immer wieder zur Diva werde. Oder da dann auch nochmal raus. Wir werden das so machen. Die werden on-stream verspeist, sagen wir es mal so. Weil die eine ziemlich lange Reise hinter sich hatten. Und ehrlich gesagt, Gefühlsfernseher gibt es leider noch nicht. Sind mir noch gar nicht kalt. Erst wenn der Tau auf der Dose zu sehen ist, geht das los, Leute. Wie gesagt, sehr, sehr vielen Dank an Broderon und The Vacation. Sehr, sehr vielen Dank für eure Mühe, die ihr gemacht habt. Sehr cool, dass ihr da, wie gesagt, euch die Mühe gemacht habt, mal was zu schicken. Für die Leute, die Bock haben, vielleicht auch irgendwie, Striker, pass auf. Ich habe da auch noch irgendwas für dich hier rumliegen. Was auch immer. Oder wird dir gerne eine Nachricht mal zukommen lassen, die ich dann im Video öffne. Leute einfach unten in der Beschreibung gucken. Da findet ihr die Postfiliale, wo ihr das hinsenden könnt. Und wenn ihr Bock habt, schickt ihr da irgendwas hin. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Sehr, sehr vielen Dank an euch beiden. Und wir sehen uns im Stream, Berlin. Hau rein. Ciao, ciao.